Ja Hallihallo und herzlich Willkommen zu einem weiteren Informationsvideo und heute geht es um das neue Projekt MLS 15. Ja es geht hier ganz klipp und klar nicht darum wer die schönste Powerpoint Präsentation macht, sondern das dient einfach nur zur Information. Und zwar möchte ich zwar das Caseprojekt weitermachen, aber ich bin noch nicht ganz hundertprozentig ausgelastet, sagt man es so, oder habe nebenbei noch ein bisschen Lust auf ein anderes Projekt und ja anhand der Bilder könnt ihr schon vielleicht sehen, um was es vielleicht für Marken gehen könnte. Aber dazu legen wir jetzt gleich mal los. Wir haben hier erstmal das Inhaltsverzeichnis, Folie 1 und 2 ist Deckplatte und Inhaltsverzeichnis, das brauche ich dann denke ich mal nicht mit draufschreiben. Folie 3 sind die ganzen Traktormarken und Folie 4 auch. Folie 5 sind die Maps genauso wie Folie 6. Folie 7 sind meine Vorschläge zu Maps. Folie 8 ist die Quellenangabe und Folie 9 sind die bestimmten Fakten und das Ende. Ja Marken, da habe ich hier mal ein paar aufgelistet. Alle Bilder, die hier am Rand sehen könnt, sind öffentlich zum Wiederverwendungszweck gekennzeichnet. Dazu aber später sag ich da noch was mehr. Und zwar können wir mit reinnehmen New Holland, Klaas, Steyr, auf einer anderen Map geht es dann weiter. Äh Folie, sorry, auf einer anderen Folie geht es dann weiter. Und ja, persönlich auf oder in meinem privaten Spielstand habe ich New Holland, Klaas und Steyr schon durchgespielt, schon dir noch nicht. Ja unter den Marken könnt ihr euch einen aussuchen und dann kommen wir auch schon zu weiteren Marken. Und zwar gibt es dann noch Deutsche Fahrer. Da habe ich auch schon einen privaten Spielstand gehabt. Massive Ferguson und Fendt habe ich noch nicht. Also John Deere-Fendt und Massive Ferguson sind neue Spielstände. Fendt in Klammern, weil ich nicht so wirklich Fendt-Fendt bin. Und ja, deswegen muss das auch nicht unbedingt sein, dass wir jetzt ein Fendt-Let's Play nehmen. Ich bin eher John Deere-Fendt, K, sowas. Aber das ist gerade uninteressant. Ja, hier unten habe ich noch aufgeschrieben Massive Ferguson. Den könnte man da mit reinnehmen. Und leider gibt es da nicht viele Mods derzeit. Und zwar gibt es nur vom Mod Contest drei Traktoren. Ähm, vom Smetie J oder vom Smetie gibt es ein Massive Ferguson Mod und ein Mähdrescher gibt es. Und da hört es auch schon auf. Das heißt, wir können nicht so viel Massive Ferguson mit reinnehmen. Deutz-Fahr ist da schon ein bisschen besser vertreten. Aber bei Fendt und Massive Ferguson würde ich gerne einen Abstrich machen. Also das dient einfach nur zur Inspiration. Also ich bin eher auf die anderen Marken fokussiert. Eher weniger Fendt und auch weniger Massive Ferguson. Ja, bei Steyr, Fendt, Massive Ferguson und Deutz-Fahr ist kein Maishächsler verfügbar. Das heißt, es gibt keinen Maishächsler deren Firma. Und bei Steyr gibt es kein Mähdrescher. Da könnte man aber als Ausweichvariante den KSIH-Drescher mit reinnehmen. Ja, und dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, zu Maps oder den Karten. Und zwar habe ich gegliedert in Wünsche eurerseits. Also ihr könnt entscheiden, welche Map man da nimmt. Da habe ich ja noch ein paar Kritiken aufgeschrieben, die ihr beachten müsst. Und dann habe ich noch meine Vorschläge zu Maps mit reingeschrieben. Und jetzt haben wir auch erstmal bei der Karte nach Wunsch eurerseits. Und zwar sollte die nicht zu groß sein. Also keine Vierfach-Maps. Also nicht Weinburg oder Frankenland oder Mic-Map-Selle oder so irgendwas. Ja, dann sollte sie wenige Mods oder zusätzliche Mods enthalten. Ich sage jetzt mal, Animated-Maptop-Trigger geht. Jobstore und sowas ist kein Problem. Ja, dann soll sie eine gute Performance haben. Aber da könnt ihr nicht entscheiden, welche Performance wir mein Laptop hat. Deswegen sucht einfach mal ein paar Performance-Schulen daraus. Das wäre sehr, sehr schön. Dann gibt es Feldergrößen bis maximal 15 Hektar. Bei John Deere bitte weniger. Also wenn ihr euch für John Deere entscheidet, dann denke ich mal, reichen schon 10 Hektar, weil es da nicht allzu große Traktoren gibt von John Deere bisher. Und dann sollte auch noch eine gewisse Detailreiche und Detailgenauigkeit vorhanden sein. So wie auf Bernfeld. Dann ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Keine Downloads per Uploadednet. Weil ich bin nicht registriert auf Uploaded und ja, da muss ich halt den Standard-Download nehmen und da kann so eine Map schon mal 5 bis 7 Stunden runterladen. Es sei denn, es gibt dieselbe Map über einen anderen Anbieter, zum Beispiel LS15-Mods, die vertreiben oder die haben meistens den Download-Anbieter-Upload-File oder sowas. Da geht das dann schon wesentlich schneller. Auch Motorstar Uploaded, also jegliche Download-Anbieter gehen, außer Uploadednet. Und für welche, die man bezahlen muss. Ja, dann sollte auch ein eher unmischiger Punkt ist, es sollte an die Traktormarken angepasst sein. Zum Beispiel Gamsding an Steuer. Das heißt nicht, oder das heißt, dass wir nicht mit dem großen Steier, äh Quatsch, mit dem großen Case Quad-Truck über Gamsding-Eier. Das sollte natürlich nicht sein. Deswegen achtet auch ein bisschen drauf, welche Traktorgrößen man haben könnte und ob die auch gut zu damit passen. Ja, dann ist auch ein eher unwichtiger Kritikpunkt, es sollte eine Münzen-Challenge geben. Oder auch nicht, das könnt ihr selber entscheiden. Es wäre natürlich schön, wenn es eine Münzen-Challenge geben würde. Das heißt, man sammelt auf der kompletten Map Münzen ein und gibt die dann beim Brunnen ab und die Lager waren gefüllt. Also so wie wir es bei Bernfeld gemacht haben. Das wäre eine Möglichkeit. Also es wäre schon schön, wenn es das geben würde. Und dann sollte es wenig Forst geben und dafür mehr Landwirtschaft. Das ist aber nicht unbedingt nötig. Das, es sollte schon Forst da sein, aber es soll mehr Landwirtschaft sein, weil es ja ein Landwirtschaftsprojekt werden. Ja, jetzt habe ich noch aufgeschrieben, meine Vorschläge zu einer Map. Da haben wir zum Beispiel Gamsding für die Marke Steier. Rumors Riverside. Two Rivers habe ich persönlich noch nie gespielt. Ich weiß, ich habe da extrem was versäumt auf der Two Rivers. Auf jeden Fall weiß ich, wie geil die Map ist. Und vielleicht können wir auch auf Two Rivers starten. Ja, Bernfeld nicht unbedingt, weil wir haben ja schon ein Projekt auf Bernfeld. Oder Holzhausen. Ich weiß, dass Holzhausen sehr, sehr viel Forst hat. Aber es gibt jedenfalls auch auf Holzhausen Landwirtschaft. Aber Holzhausen auch eher weniger, weil das ist halt eine eher spezialisiertere Map auf Forst. Ja, jetzt habe ich hier noch die Quellenangaben. Die Holland-Logo, Klass-Logo, Steier, John Deere, Ditz-Fahr, Fendt und Massiforgen-Logo und so weiter. Ja, die alle gezeigten Bilder sind zur Wiederverwendung freigegeben. Oh, hier habe ich ein G vergessen. Dafür entschuldige ich mich. Das müsste jetzt alles noch schnell gehen. Ja, also die sind wirklich auf Google zur Wiederverwendung freigegeben. Dankeschön fürs Zuschauen. Hier ein hübscher Smiley für euch. Ja, Abstimmung bitte in den Kommentarbereich unter diesem Video. Und das Abstimmungsende ist am 14.09.2015, also genau in einer Woche. Abonniert, Liken und Feedback bin nicht vergessen. Alles kostenlos. Anregungen, Wünsche, Fragen und konstruktive Kritik bitte in den Kommentarbereich. Ja, AgrafenLP, also ich war der Präsentant. Und damit bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Stimmt schön ab, weil ansonsten muss ich es machen. Und das möchte ich nicht. Ich wollte euch damit einbeziehen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Macht's gut, Leute. Tschüss.